Wunderschönen guten Abend aus Bethlehem. Was ihr im Hintergrund sehen könnt, ist eine asyrisch-katholische Kirche. Oder eine syrisch-katholische Kirche. Und ich möchte einfach mal ganz kurz mit euch darüber reden, wie mein Weihnachten 2015 gerade aussieht. Das ist der 24. Dezember. Das ist der Wahnsinn. Wir haben einen Couchsurfing-Host gehabt, bei dem wir eigentlich hätten schlafen sollen, aber es waren so viele Leute da, dass er gesagt hat, okay, ich ruf mal eben meinen Cousin an. Der Cousin ist Zahnarzt und hatte auch direkt Bock. Irgendwie kam vorbei, hat uns mitgenommen in seinem Cabrio. Wir sind im Cabrio durchs Bildleben gefahren mit einer Techno-Version von Last Christmas. Und er hat uns eingeladen in seine Villa. Wir dürfen da übernachten. In einem der vielen leeren Zimmer, die dieses Haus hat. Und seine ganze Familie hat uns jetzt mitgenommen zu deren Kirche. Das ist die Kirche. Ich sitze hier auf diesem riesigen V-Platz gerade. Ich bin kein christlicher Mensch, kein katholischer Mensch, aber wir wurden eingeladen. Ich habe mit dem Bischof gerade gequatscht. Alle sind sehr, sehr weltoffen, sind sehr, sehr offen gegenüber Fremden. Also wir kennen diese Menschen seit drei Stunden. Ich bin nicht katholisch, ich bin nicht christlich. Und wir werden einfach willkommen geheißen, als würde man uns kennen. Die ganze Familie hat uns in ihren Autos irgendwie mitgenommen hier zur Kirche. Ich glaube, das ist so eine wirklich christliche Erfahrung. Da vorne kommt ein Security-Mann. Everything okay? Okay. Ich habe gerade über WhatsApp, über das Wi-Fi der Kirche, von dem ich, ich habe einfach von der Kirche das Passwort für deren Wi-Fi bekommen, damit ich mit meiner Familie in Deutschland über WhatsApp kurz telefonieren konnte, was auch nicht so gut funktioniert hat. Klar vermisst man die Familie, total. Also ich würde jetzt auch gerne mit meinen Eltern, mit meinen Omas zusammensitzen und Deutsch essen. Diese Erfahrung hier zeigt mir einfach, dass Willkommenskultur auch ganz, ganz anders geht. Dass man vielleicht auch in Deutschland da ein bisschen was von lernen kann, finde ich. Wirklich. Unter mir ist die Straße. Auch in Palästina gibt es Weihnachtsbeleuchtung, zumindest hier in Bethlehem. Jedenfalls ist es ein sehr, sehr merkwürdiges Weihnachten. Dadurch, dass der palästinensische Präsident heute zur Mitternachtsmesse hierher kommt, stehen alle, sagen wir mal, 30 Meter. Da unten kann man es ganz klein sehen. Soldaten mit Kalaschnikows. Aber wie gesagt, das ist einfach für mich, obwohl ich in einem völlig fremden Land bin, in einer auch etwas anderen Kultur, ein Erlebnis von Nächstenliebe, von Offenheit, von Gastfreundschaft, von Willkommenskultur, die wirklich sehr, sehr einzigartig ist. Und das wollte ich einfach nur mal kurz mit euch teilen. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachten und ich hoffe, ihr habt auch mal die Chance, sowas zu erleben und solche Menschen kennenzulernen oder vielleicht selbst solche Menschen zu sein. Ich jedenfalls hoffe für meinen Teil, dass ich auch so ein Mensch sein kann, der so offen ist und anderen Menschen hilft, die er vielleicht gar nicht kennt. Nicht aus irgendwelchen Gründen, nicht weil er irgendwas davon hat, sondern einfach der Sache wegen. So, bevor ich jetzt aber zu sentimental werde und abschweife, Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachten. Ich wünsche euch eine geruhsame Feiertage und ein frohes neues Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!